Hey Leute und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich einfach mal ein kleines Unboxing machen. Heute in meiner Schule habe ich nämlich ein nettes Tütchen bekommen, sagen wir es so. Nämlich die einzig wahre, ich weiß nicht, ob sie sehen können, Lümmeltüte, meine Freunde. Helm auf. Warte. Für den perfekten Ritt. Gönnung. So, werde ich einfach mal unboxen heute. Ich hoffe es gefällt euch. Wenn ja, lasst einfach schon jetzt meinen Daumen hoch da. Wie das die Clique-Guide-YouTuber heutzutage machen. So, äh. Ähm, da haben wir zum... Oh, fuck. Gucken wir mal. So. Okay, das ist einfach nochmal so ran. Ähm, so, dann haben wir einmal ein kleines Heftchen von STI. Ich kann ja mal kurz vorlesen, was da draufsteht. Sexuelle übertragbare Infektion erkennbar, nennen sich schützen. Gut, ähm, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Aber schon mal interessant, das hier, äh, auch über... Geil, danke, Fokus für die Kamera. Ähm, das auf jeden Fall auch über sexuell übertragbare Krankheiten, äh, informiert wird. Finde ich auf jeden Fall nice one. Dann haben wir hier so eine wundervolle Postkarte. Kann man das sehen? Siehst du auch im Hellen gut aus. Joa, kann man sich auf jeden Fall mal geben, Boys und Grits. Ähm, Sexen, Tipps, Pille, Kondom und Co. So, was ihr wissen solltet. Ich hab da schon mal ein bisschen durchgeguckt. Äh, da stehen so ganz viele Sachen drauf über, äh, über Sachen, die man sich einführen kann. Ja. Ähm, jedenfalls bei Frauen oder Hyperman das Kondom, wie man halt verhüten kann. Interessant auf jeden Fall. Gönnt euch das. So, dann hab ich noch... Noch... Nee. Ah, hier hab ich noch ein paar Telefonnummern drauf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Egal. Jedenfalls, ähm, steht da noch drauf, Helm auf, für den perfekten Rittl, Limmeltüte. Also, Boys, das häng ich mir so... Das rahm ich mir sofort ein. Also, ich weiß ja nicht, was mir doch falsch ist. Dann hab ich noch, äh, natürlich, ähm, so ein Ding gehabt. Äh, wo hab ich das hingeworfen? Äh, hier haben wir schon mal... Ist das ne... Mhm. Nur, ich hab die Verpackung davon schon entsorgt. Heh. Ja gut, hab ich gesagt. Ähm, entstand eigentlich, ist das ne geile Nummer. Und dann war hier halt noch ein Kondom angeklebt. Das hier. Ist von... Ups. Billy Boy, kein, äh, Product Placement Boys. Sorry. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und, äh, ja. Das war's dann auch mit dem Unboxing der... Pornlösen, äh, Limmeltüte, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, das war ja meine kleine, freshe Bewertung der... Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, lassen aber die Leute. Kauft mein Merch, weiter, weiter in der Beschreibung. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.